Da sind wir auch schon wieder beim zweiten Part vom Call of Duty Black Ops 2 Testwochenende. Und diesmal spiele ich als Söldner Team Deathmatch dieses Mal, äh was anderes als letztes Mal. Letztes Mal hatten wir ja Herrschaft gespielt. Herrschaft fand ich nämlich auch irgendwie cool, wo man dann halt Flaggen erobern musste. Und jetzt müssen wir halt nur Leute töten. Dann wurden wir das erste Mal getötet. Dann war so klar, dass da irgendwie einer rauskommt. Was haben wir denn hier? Ein Security-Wagen war da? Oder Polizei? Aha, hier muss man aufpassen. Hier könnten irgendwo Gegner sein, ich weiß. Ich laufe so locker lässig da durch. Kein Wunder, dass man mich erschießt, aber ja. Irgendwie habe ich dann keinen Bock so auf irgendwie Tarnarbeit. Deswegen läuft man hier auch schon so durch. Und guckt, wo ist denn hier ein Gegner? Wo ist einer? Da nicht. Da auch nicht. Dann sucht man einen. Dann sucht man sich aber auch blind. Okay. Ja, das ist ein bisschen schwer hier Gegner zu suchen. Beim Deathmatch verändert sich ja der Spawn einmal. Je nachdem, wie die Teammitglieder laufen. Das ist halt auch ein bisschen problematisch. Wenn man dann halt irgendwo ist, dann können sie halt von beiden Seiten kommen. Ah, da haben wir den ersten erschossen. Ach. Toll, ein Wunder, dass wir mal einen erschießen hier. Ach, da explodiert was. Da explodiert was. Da ist auch einer gestorben. Das macht mir Angst. Nicht, dass ich da auch gleich verreck. Ne. Das wollen wir nicht. Ah, da kommt schon einer von meinem Team. Aha. Er hat irgendwas getötet. Aber was weiß ich nicht. Können wir da unten runter? Ähm. Was ist denn hier? Aha. Aha. Da sind doch rote Punkte auf der Karte. Hab ich doch gesehen. Angucken wir mal. Was ist denn da? Ah. Da hab ich was gesehen. Da. Laufen wir mal hinterher. Da hab ich was gesehen. Da läuft. Aha. Da läuft einer. Drei Sechs drücken, damit wir da hochkommen. Und. Wo ist er denn? Ah, da. Hallo. Oh Mann. Triff. Ein bisschen hab ich den getroffen. Hat er mich auch noch erschossen? Mein Gott. Oh. Oh ne. Das war jetzt aber was. Ja. Naja. Ich synchronisiere das jetzt auch noch so nach. Also ich spiele es nicht wirklich. Sondern ich kommentiere das so. Da war ein getötet. Ich kommentiere mich selber. Och. Das ist doch schön. Oh. Da schießt einer. Ist da was? Ist da was? Ist da was? Ne. Doch. Da ist einer. Ah. Da hinten irgendwo. Wie? Wir haben den Vorteil verloren. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Dass wir den Vorteil verlieren. Vorteil muss immer bei mir liegen. Oh. Die Geräusche hier. Aha. Ne. Da sind Leute von uns. Aber da oben rechts. Sehe ich da einen roten Punkt. Dann gucken wir mal da. Hier könnten sie ja hocken. Aha. Da ist einer. Oh. Wo schieße ich denn hin? Ah. Da. Da ist er tot. Vergeltung. Oh. Da hat mich einer angeschossen. Wo hat mich denn der angeschossen? Gut. So. Jetzt sind die Leben wieder voll. Und. Warum steht da unten links Widerlage? Was ist denn da? Werf ich da mal eine Granate rein? Vielleicht geht's ja dann. Wir haben Kontrolle übernommen. Kontrolle übernommen. 75 Punkte zum Sieg. Steht da jetzt. Aha. Sieg. Steht da. Aha. Ich verstehe das eh nicht. Aber. Naja. Liegt daran, dass ich. Nur das eine Mal hier am Wochenende das Spiel gespielt hab. wieder einer getötet. Nächstes Mal bin ich schon besser als, äh, letztes Mal. Aber. Auch nicht gut genug. Ja. Ist halt ein bisschen Übung hier. Und. Wieder einer. Stuff Surgeon 2 bin ich jetzt. Aha. Toll. Ach. Kommt der von hinten? Das war aber ein bisschen unfair. Da konnte ich auch nichts für. Hab ich nicht gesehen. Na dann. Wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin? Du 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 du. Folgen wir mal dem? Ne dann doch nicht. Hm. Hier mal was gucken. Da ist natürlich einer von uns. Ist der da mit einer Sniper oder womit? Weiß ich nicht. Äh. Da ist keiner. Wollen wir mal hier runter gehen? Ach komm. Gehen wir mal hier runter. Ach. Da schießt direkt einer auf uns. Und zwar einer aus meinem Team. Sehr sehr höflich. Also. Ja. Direkt Sympathiepunkte gesichert. Und. Wohin geht's jetzt? Ähm. Gucken wir mal da um die Ecke. Vielleicht ist da einer. Ah. Der war zu schnell. Der ist zu schnell gerannt. Ah doch. Einen Assist hab ich gekriegt. Ah. Da hat jemand ne Bombe geworfen. Oh. Oh. Oh da ist einer. Hallo. Oh. Ne. Der rennt. Oh. Der ist zu schnell. Ah. Da kommt wieder einer von hinten. Ne. Das ist ein bisschen doof gewesen. Eine verbündete Drohne nähert sich. Oh. Eine Drohne nähert sich. Wo denn? Ich seh die nie. Aha. Da haben wir also. Ne. Jetzt ist schon wieder. Doch. Ja. Habe ich doch gesagt. Da ist auf einmal hinter uns ein Punkt aufgetaucht. Den hab ich dann erst zu spät gesehen. Und dann konnte er mich töten. Dö, 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 dö. Spazieren wir mal durch diesen Hafen. Oh. Oh, da messert mich alles kein einer. Was ist das denn? Feindliche Drohne. Ach du Scheiße. Nach links. Und da müsste dann einer sein, oder? Und dann nochmal links. Das leckt grad ein bisschen. Deswegen ist das ein bisschen doof hier. Weil ab und zu hat's geleckt. Und, wo sind wir denn? Hier. Wo ist denn hier einer? Oh Gott, hier neckt's an der Stelle. Tut mir leid, ist so. Manchmal bei der Aufnahme. Oh, da, da, da kommen Flur, äh, ja, Hubschrauber. Ja, da hat's dann wegen dem Neck, hat's dann ein bisschen nicht so geklappt. Was ist denn das denn? Oh, klaut der mir das Paket? Mein Gott, ey. Will auch so eins. Aber dafür muss ich eine Abschlussserie kriegen. Hatte ich mal geschafft, aber irgendwie schaffe ich das hier nicht so. Was ist denn das da drinnen? Schöner Maschinenraum hier. Gabelstapler oder was auch immer wird hier abgestellt. Attack, den Attack will ich nicht aufnehmen. Äh, M72, äh, 27 Zielsucher, aha. Hier liegen interessante Waffen auf dem Boden. Da ist einer gestorben. Aha. Da ist einer gestorben. Und jetzt? Wollen wir jetzt? Gucken wir mal hier raus. Aha, da wird irgendwas gemacht. Und hier? Was hier? Irgendwie. Au. Oh. Oh. Ja, wegen mir haben sie jetzt die Führung verloren oder was? Toll. 59 zu 59 steht's. 60 zu 59. Aha. Schön. Gut, wo sind denn hier noch Magie? Na, ich seh ja keine. Ah, da links wahrscheinlich. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt lang gehen werde. Aha. Da stirbt einer. Und, äh, äh, da töten wir einen mit einem Comeback. Und da töten wir wieder einen. Überlebender. Oh, da ist es explodiert. Oh. Ja. Hm. Was gibt's noch? Oh, so viele Explosionen und Schüsse. Oh, da find ich mich gar nicht zurecht. Mhm. Verbündete Drohne. Wo, wo, wo? Oh, da schießt nur einer. Habe ich jetzt beide erschossen oder wie? Ich hab nur da drauf geschossen und sind beide umgekippt. Tut mir ja leid, wenn ich dann irgendwie bei, äh, meinen auch erschossen hab, aber... Oh. Scheiße. Mr. Who hat mich erschossen? Oh. Das ist natürlich... Na. Haben wir gewonnen. Gut. Das war's dann wieder mit der Folge Call of Duty Black Ops 2. Bye.